Grüß euch miteinander. Das ist Beat Schenk und ich bin Marianne Schenk. Zusammen unterrichten wir eine Dänkli-Bucher Musikschule Eschlismatt, Marbach, Schweizeröhrgen. Schweizeröhrgen ist ein ganz besonderes Instrument, weil man auf Druck und Zug nicht den gleichen Ton gehört. Wir sind diatonisch. Mit dem rechten Hang spielen wir Melodien. Mit dem linken Hang machen wir Begleitpässe dazu. Wir sind tiefe Grundpässe. Und dann gehört. Schweizeröhrgen ist aber nicht nur ein Melodienstrument. Man begleitet sich mit ihm. Wenn wir euch ein Interesse geweckt haben, freuen wir uns sehr, euch bei unserer Musikschule zu sehen. Bei Fragen dürft ihr euch gerne direkt bei uns oder bei der Hausungsschule melden. Merci vielmals und adieu miteinander. Bis gleich. Tschüss Zanna. Bernie Sär Walken ali Vielen Dank.